So, so, betroffen uns doch nicht so plötzlich, sie hatten nachgepfiffen, wie entschieden, wie sind die Quote, seien jetzt genug, ja die Herde des Endstaats, ganz genau. Alles waren dann ständige Ausländer, Steuerzahle-Mörder, was, wie tun ich? Nach wann können das mit Zeugen, halt Hitler, wurde gesagt. Der erste Turm des Präfinenten, ich bin aufgeführt, sogenannter Autonomer, abgestoppt von stolzen Deutschen, verflutet auf den Bahnsteig, mit in Berlin, aber aber gibt's weiter, als ich lieber die vierte, den Jugendstande. Das ist ein Todsschlag, denn wir sind gleich oben, wir fliegen nicht leicht, der Schafenabschiff, wer im Backpacker macht, sind die Diener im Haus, schon schneller nicht gewählt, so einfach, dass alle das Backpacken, auch nicht untergeht. Genau so, wenn man auch schon vorher ab und zu betroffen gewesen, am 8. November 92 in Berlin war, 60.000, alle mit dabei, die Hürde des Menschen, die in den Kriegsträger, da mit Trocken und Erwachsenen, die Kursen, geballt, wenn ich jetzt im Nachhinein passen, außer nur das sogenannte 600 Menschenfreunde, und schon fühlt man sich auch ein bisschen zu wem Gas, denn es blohm, nein, Kalle und Absätze, aber Eier, doch sie lieben Papa, sie würden sich nicht wollen, und wenn sie kommt auch immer, der gesamte Nudel eben, letzter Gesang, die anderen Tags, mit der alten Zone, und mit der alten Schatten, kam sie ihr Gesetz durch. Doch ein bisschen Todsschlag, bringt uns nicht gleich unten, die viele nicht trauen, wie der Name hat, mit Kerlen, sag ich mein Mann, die Leute hier alles auf, ich hab nie schlimmer, nicht gesehen. Und es klubft, alles, was ich jetzt am Ende, aber auch nicht, was da geht. Die haben, wie gesagt, die haben da das gesetzt. Wie kein Grobel, du bist wirklich die ganze Mann, du musst ja, das Gehene wurde lauter und lauter, außerhalb des deutschen Planeens. Also nix wie packt die Lichterkette ein Und ein kleines Schwesterlein Schwein gegen Hass In der schöne Weihnachtszeit Ein Zeichen setzen ein Und immer rausgegessen Im Wettbewerb der Leuchten Punter aus Leuchtet immer ein Jahr gegen Hass Und alle gebotten Hab jetzt nur Ravanne Rappo Du Denne Rüder geklaut Hände geschüttet Etwas hartlich Man hat der Kollektiv böse getrollt Nichts schlimmer als anderswo Herrgott sagt Ravanne Rappo D-iger Was geht denn to schlaft Gäst du nicht gleich um Im Wettbewerb der Leuchten Auf dem Herd von mein Mann Stew, die Gäste, der Traum Hab schon schlimmer als Communications Wenn der ganze Wettbewerb der Leuchten Ich lange komplett übergeben So schlafen Gäst du nicht gleich um Ich kann den ganzen Scheiß Ich weiß, einfach nicht mehr hören. Es ist nur ein ganzer Tag, ich hab dich immer wieder drehen. Und es ist alles, wenn ich mal so viele Tage zu mir übergehe. Na Hölle! Na! Genau. Guten Abend.